Wenn ich zurück auf mein Leben schaue, dann kann ich nicht anders als ehrfürchtig zu staunen, denn so vielen Schatten in meinem Leben hat Gott Schönheit und sogar Sinn gegeben. Wie krass ist das, Gott hat den Weg nicht bloß gesegnet, er hat den Weg für mich geebnet. Leise und auf sanfte Weise Wegbegleiter auf meiner Reise. Er hat aufgepasst, er wie ich nie von meiner Seite und auch wenn ich es nicht immer fühlte, war ich nie alleine. Ich hatte absolut keinen Schimmer, was Gott bauen kann aus Trümmern. Er nahm all die Tränen, Scherben, Schmerzen, arbeitete still an meinem Herzen und als die Zeit gekommen war, stand ich vollkommen verändert da. Wie oft war ich am Ende kurz vorm Kapitulieren und doch stehe ich heute dankbar hier und kann sagen, Gott war die ganze Zeit dabei, ist jeden Schritt mit mir gegangen, sah jeden noch so kleinen Wunsch und jede Träne auf der Wange. Er sah mich in meiner Last und hat sie mir genommen, hat den lauten, dunklen Sturm ausgetauscht mit Sonne. Ich glaub nicht, dass ich je ganz erfass, ja mein Gott ist unglaublich krass. Jeder Fehler, jedes Trümmerteil war mein potenzielles Todesurteil, doch er nahm den Dreck, die Asche, die Glut und siehe, es war gut. Das war's. Das war's. Untertitelung. BR 2018